Herzlich Willkommen zurück Leute zu einer neuen Runde Calling mit Kunran. Einen wunderschönen guten Tag. Dwarf und Baitcrate oder was? Ja, Baitcrate müsste ja kostenlos sein. Nee, dann kannst du doch, ja ich wollte schon sagen, den kostenlos kannst du ja überall spammen. Die kostenlos wär zu krass, weil, wie viel Damage macht die, steht das dran? Die hat immer nur 20 gemacht, ich glaub die macht mehr. Wird nicht dran. Aber er ist immer noch, kann man immer noch bringen. Vor allem jetzt, wo noch nicht jeder jeden Airdrop freigespielt hatte, funktioniert das auch noch ganz gut. Oh, ich mach ne grüne Kiste auf, kommt ne Stun-Gun raus, Alter. Ja, ist nicht schlecht, aber ich will auch kämpfen. Oblast, schonmal gut. Mad-Kit. So, nix, nix und nix bei mir. Ich war nur ne Nahkampfwaffe, oder? Du musst herkommen. Ja, ich komm auch sofort. Weil ich hab ja noch die Stun-Gun, wir können auf jeden Fall einfinishen. Ich hab auch ne Stun-Gun, nehm ich die anderen mit, komm ich nehm die auch noch mit. So, gucken ob ich noch was richtig geil ist. Ganz unten geh ich auch gar nicht rein. Und nur die Schränke hier fix auf. Close of Run, kann ich mir auch noch reinfeuern, dann komm ich schneller zu dir. Vom Kukri. Auch gut. Oh shit, hier wäre der Verkaufsautomaten. Naja, ich komm jetzt wieder. Ich hab vergessen, dass unten ja jetzt auch ein Verkaufsautomat drin ist bei Z.Com. Ah, da hinten bist du. Ja, ja. Oh, das geht schon, ich hab Run-Speed drin. So. Okay. Guten Tag. Hast du nen Man-Tracker? Ne, ne? Ne. Aber Outfitter ist bestimmt wer. Rudel Kist hat das auch noch nicht gesehen. Äh, ne. Hier ein Red Barrel ist. Ich hab aber nicht bewusst drauf geachtet, muss ich gestehen. Ich hab nicht überall links und rechts geguckt. Ich glaub nicht, dass einer Kyle Pepper ist. Was willst du denn? Kyle Pepper ist der schlechteste Ort im Spiel. Ja, aber auch nur, weil wir schnell kämpfen wollen. Für jemanden, der loot will. Dauert doch viel zu lang, trotzdem. Ja, aber die wollen ja nicht kämpfen. Ja, aber die wollen ja nicht kämpfen. Ja, aber das Match ist ja vorbei, wenn du fertig bist. Äh, hier ganz viele Waffen. Also T1 zumindest. Ja, ich hab ja ne T1. Ich hab nochmal nen Hemoblast. Äh, Steps! Über uns. Oben auf dem Weg. Oh, jetzt lauf bitte nicht weg. Hier irgendwo. Sie steppen nicht mehr. Kannst du mal blocken? Guck mal, mach mal, Leute. 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 In der Hoffnung, dass hier... Irgendwer das hört. Ah, die waren hier. Unter uns, glaub ich, drin. Einfach... Oder war das mein blöder Sound? Hey, die ist... Fuck. Verloren. Die haben uns doch auch gehört. Warum greifen die da nicht an? Hatten vielleicht noch nix. Was brauchst du? Hier sind noch ganz viele Stöcke. Ich hab noch mal gehauen. Auch nochmal aufmerksam gemacht. Wo rennt man hin, wenn man absolut gar keinen Anhaltspunkt hat, wo wer ist? Wieder ist weiter hinzu. Tja. Genau von denen weg, die man hört. Irgendwann kann es natürlich auch sein, dass die sich immer noch nicht getroffen hatten. Ja, aber er muss ja stehen geblieben sein. Also er muss ja... Er muss ja sitzen geblieben sein. Das hätte ich ihn ja weiterhin gehört. Da! Da ist Südgegner. Kunan, jetzt schnell. Bevor sie wieder verschwinden und abhauen. Was hast du? Okay. Was hast du dafür bekommen? Ja, da waren die drei Bogen drin. Ah, okay. Ist nicht schlecht, ne? Ja, aber... Da kann ich nicht mal in eine Naka machen. Die rennen auch weg, Kunan. Du darfst sie nicht verlieren. Die laufen zum Airport. Hinter dir. 25 Meter. Das Medikit wollte ich nicht liegen lassen, wenn ich noch habe. Ja, ja. Ist gut. Ich höre sie noch. Da rennen sie, da hinten. Jetzt geht erstmal schön looten da. Was machen die denn? Die kämpfen welche und welche hauen ab? Okay, da kommt endlich wer. Ja. Ja. Ja, das war ja nix. Okay, der Nummer. Der andere. Ja, ne T3 war. Ja. Hast du die T3 genommen? Ja, ich hab die T3 genommen. Ja, ich hab die T3 genommen. Okay, ist okay, ist okay. Kukri liegt noch vor dir in T2 also. T2 habe ich auch, glaube ich. Ja, das ist mein Kukri. Wollen wir die anderen noch jagen da hinten? Die sind ja hier hinten hin gerannt. Ich hab nur einen gesehen tatsächlich. Ja, ich glaube es waren zwei. Hier ist auf jeden Fall einer der da in T3 für mich. Komm jetzt her. Ja, lass das mal eben. Ja und, zack und geschubst. Ja, geheb auf. Nein. Gut. Das war der aber nicht. Ich hab einen mit ner Mütze gesehen und nen Bogen. Der hatte weder noch. Also, ich glaube der hat nen Maid noch. Ja, der hat noch nen Maid. Tony Bulda. Das wird der sein, der eigentlich auch da war. Ich mein nämlich, ich hab alle vier gesehen. Oh, ich könnte vielleicht den Draft zusammenkriegen. Das ist ja natürlich nice. Hier kommt der Draft genau über uns drüber. Den hat er gerufen noch, oder? Deswegen war er überhaupt noch da. Kriegst du den? Nee. Das ist zu schnell. Wie weit fliegt der weg? Boah, der ist noch schnell und der weiße. Ja, okay. Trotzdem in die Richtung, oder? Wollen wir hin? Lassen wir ihn verkaufen. Hier ist noch super viel Stuff. Also, ich wär ready. Ich hab aber halt nichts mehr sonst. Also, ich hab wirklich jetzt nur noch meinen Hammer, ne? Das war's. Ja, ich hab noch nen Maid gekriegt. Keine Perks, kein nix. Du kannst doch erstmal deinen AirDrop rufen. Ja, das wär der Fireman. Das wär schon nicht schlecht. Auf geht's. Moment, dann erst den AirDrop rufen, dann heilen. Sonst warten wir hier ewig. Draft, Draft, Draft. Auf. Da kommt er auch schon. Ja, ja, aber der fliegt die Runde. Der war länger. Ist das der? Ja. Ich bin auf. Ich bin auf. Ja, das war ne Exposition im Westen. Höher noch. Jetzt kommt die Runde. Jetzt hab ich nen Baum geschossen. Ich hab anscheinend halb getroffen. Jetzt hab ich ihn. Ich hab meinen T3 Hammer verloren. Ja, du bekommst ja ne neue Waffe. Ja, das ist schon richtig, aber der soll was werden, ne? Das stimmt. Der muss hier irgendwo... Man sieht sich sehr schlecht. Manchmal siehst du es leuchten wie ein Weihnachtsbaum, wenn was liegt. Ja, ja. Manchmal nicht. Ja, die Zuschauer haben bestimmt gesehen. Na, lass mal weiter, ne? Erstmal nenntöten. Oh, kommt man hier rein? Ging das schon immer? Äh, ne, immer noch nicht. Aber da ist noch nichts drin. Ja. Zwei Teams. Und wir haben einen Dynamit. Und wir haben einen Dynamit. Wir haben einen Dynamit. Wenn du beide auf... Ähm, gibst du mir den Bogen? Wär das okay für dich? Ja. Weil... Dann versuch ich ja auf Abstand zu bleiben. Wenn beide auf dich einprügeln sollten... Die Final-Gegner natürlich nur, ja. Dann kann ich ja vielleicht das Dynamit gezielt reinwerfen. Ein Airdrop fliegt ganz weit Westen. Richtig weit. Dann seh ich nicht mal. Dann seh ich nicht mal. Eine blaue aufmachen Theorie. Ja, doch da hinten ist er. Im Westen. Ja, dann müssen ja im Osten sein. Ich habe auch keine Body, aber wir können... Ich kann aber auch keine Craften glaube ich. Was war das? Bandage, Bandage, Stein oder was? Achso, ja, ja genau. Ich habe eine Feuerwehr Axt. Ja ja, das stimmt. Warte, ich hab nochmal Steine. Haben wir uns beiden eine Ammo, oder? Ja, das sind 6 Holt, oder? Ja. Ich lasse mal meinen Bogen fallen. Nicht falls er wegbargt. Ist immer noch das von den drei Sachen das Schwächste. Hier liegen zwei Steine. Äh, links davon. Hier. Da. Okay, jetzt habe ich Body Armor und die Defense Spritze. Ja, komm. Jetzt könnte ich das... Jetzt überlege ich das. Wir brauchen auch alle. Wir müssen beide Teams handen. Der Airdrop da, der ist schon weg, oder? Ach du heilige. Nein, der ist schon... Sicher? Ja. Wo der hingeht. Wie sind denn die? Es sind auf jeden Fall beide auf unterschiedlichen Seiten der Maps. Wenn wir also jetzt einen angreifen, dürften wir nicht von den anderen gebacksteppt werden. Das stimmt. Es sei natürlich, die laufen jetzt auch dem Airdrop hinterher. Ja. Ach, die sind halt wirklich ganz außen. Könnten damit entweder Anfänger sein, die halt... Oder Leute, die nur auf Win spielen. Weil mit der Distanz zu allem spielst du ja nicht auf Kills. Da willst du ja jetzt hier nicht die dicken Punkte machen. Haben wir noch nicht so viele Kills hier. Wir haben jetzt drei Kills hier unten. Ja, ja. Deswegen sage ich ja, wir brauchen alle um auf sieben zu kommen. Deswegen müssen wir sie handen. Sieben ist unter Durchschnitt, glaube ich. Ja. Da hinten im Wasser sind sie. Ja. Oh Gott. Läuft. Okay. Das ist natürlich scheiße. Obwohl, random location. Das ist okay. Ich bin hinter dir. Ich wollte nur keinen Fallschaden nehmen. Genau. Da rechts laufen sie weg. Jo. Feuerwerkst. Okay. Unermit. Ich sehe nichts. Nee, es war eine Smokebomb. Ich sehe gerade nichts. Schocker. Oh shit. Kann nicht blocken. Jetzt erst. Ich sehe immer noch nichts leider. Conan. Und dann weg! Ich sehe nichts. Okay. Trotz, der seine Momente, nimm du die Bandage hier. das bandage liegt im wasser ja t4 hammer alter slutty ja wie die rüstungsmedien haben hatten die noch rucksäcke ja bei mir liegt auf jeden fall ich habe auch einen rucksack ja deswegen war knapp waren gut equippt ja gut gemacht schon was dann gerne ist dann gerne danach habe ich so viel damage bekommen aber ja nicht beirren lassen moment noch so hast du was hast du für eine waffe katana t3 und t4 der meilt die vier waffen war ja hat aber auch nicht gereicht war nur knapp nach knapp und das für eine explosion die random crate das ist feuerwerk gewesen stimmt aber ich weiß nicht wo es hochgegangen ist also die könnten halt jetzt auch richtig viel scheiße dadurch bekommen haben schon in der zeit in der mitte sind die beiden ich habe sie gerade gesehen ich weiß nicht ob wir uns auch gesehen haben und auch von zu handen verhalte ich eben schnell hier rechts noch trotzdem durchs wasser gehen vielleicht ist die blaue kiste noch hier die haben die haben auch viele airdrops bekommen kann natürlich auch pech umhör ich immer noch ein airdrop sind sie dynamit dynamit ha oh wie gut boom oh ja der letzte kampf war sick ja da haben sie sich gedacht kommen wir kommen dabei durch da werfen das dynamit rein haben sich getrennt und der eine war fast down bevor der andere dazukam ich habe die tür hinein zugewandt also eigentlich wollte ich den hauschen werden ja ich hab gesehen sieben kills haben wir wieder einmal hin ja mit dem durchschnitt gehalten wer war dran war ich dran du warst dran Leute wenn euch das geile wünschchen gefallen hat hat das like gelassen auf jeden fall immer cool und vorbeischauen bis dahin machts gut tschau tschüss